Ich habe meine Kinder bei einer deutsch-französischen Jugendbegegnung angemeldet, weil ich das ganz wichtig finde, dass die Kinder andere Kulturen, andere Menschen kennenlernen, die eine andere Sprache sprechen, weil ich glaube, dass das eine Grundvoraussetzung ist, um offen in die Welt zu gehen. Die Sprache ist kein Problem, weil sie kommunizieren müssen und das, was sie kommunizieren, ist der Spiel, die Aktivitäten, das geht durch das. Das erste Mal haben wir gefragt, wie hieß denn dein Freund? Ja, weiß ich nicht, der sprach anders. Wie habt ihr euch unterhalten? Na, mit Gesten, also mit Händen und Füßen. Das fällt den Kindern überhaupt nicht auf bei den Betreuern. Also es gibt ja nur französischsprachige Betreuer durchaus. Das stört die Kinder. So Augen sagen ja viel auch ohne Worte und ansonsten wird sehr nonverbal auch agiert. Na, die haben sich tatsächlich bei der Fahrt mit Händen und Füßen auch erst mal unterhalten und die haben natürlich bestimmte Wörter auch dann dort gelernt. Als sie da waren. Also Sprache war dann natürlich auch ein Thema. Was sagt ihr dazu? Wie nennt ihr das? Was saddle mich? Was sind eurem Kinder? Was sind die Skifte? Was ist die Skifte? Die Skifte? Die Skifte? die sich inscrire, um zu wissen, wer wird in den nächsten Aktivitäten teilnehmen. Sie werden sogar die Partie-Prennante von dem, was passiert. Sie sind nicht in einem Listing des Aktivitäten pré-construites. Das ist das, was ihnen gefällt. Bedenken im Vorfeld gab es von meiner Seite gar nicht, aber mein Mann war etwas vorsichtiger, weil der kennt das gar nicht so aus seiner Kindheit, so früh schon irgendwo hinzufahren. Und der hatte eher so eine Besorgung, das ist so weit weg und das ist, wenn was passiert. Es ist ja auch jetzt nicht um die Ecke, wie geht man dann damit um? Und ist das nicht vielleicht doch ein bisschen zu früh? Aber das hat sich dann relativiert. Das war dann kein Problem als die Kinder dann dort waren. Für die ersten Mal, das war unsere erste Kindheit, und es war sehr schwierig, dass sie ihn nicht verlassen haben. Wir hatten sehr schnell und schnell, um es sicherlich zu sein, dass alles gut geht, etc. Für die zweite Mal, wir haben ein bisschen erfahren, dass sie sein Bruder ist. Und als es waren die Kindheit, sie haben quasi nicht gesehen, sauf auf einigen Wochenende, wo sie hatten, wo sie organisiert haben, wo sie mit den Fräern und Söhnen waren, so dass sie sich konzentrieren, und dass sie nicht auf den Kopf, so dass sie nicht auf den Kopf, so dass sie jeden Tag sind. Die Kinder treffen sich ja auch immer mal wieder. Es gibt feste Betreuer, die das auch schon seit Jahren machen, und die das sehr gerne machen, die auch immer wieder da sind. Und die Kinder entwickeln sich so mit, und dann gibt es auch so ein Wiedererkennen, und so. Das ist so, als würde man so seine entfernte, wohnende Oma einmal im Jahr besuchen. Und ich glaube, das ist ein sehr großer Unterschied zu den normalen Ferienlagern. Als Mutter fühle ich mich da auch sicherer. Was ich beobachten konnte bei meiner ältesten Tochter vor allem war, dass sie nicht auf den Kopf haben, dass sie nicht auf den Kopf haben. Wir hatten ein wirkliches Veränderungen seitdem er in der Schule ging. Es war ein kleiner Junge, der nicht auf den anderen ging. Und heute ist es ein kleiner Junge, aber er geht mehr auf die Unbekannte, aber er geht mehr auf die Unbekannte, nicht auf die Unbekannte, sondern auf die Unbekannte, und er hat diese Hoffnung mehr zu gehen. Was ich beobachten konnte bei meiner ältesten Tochter vor allem war, sie war wahnsinnig stolz, dass sie 14 Tage in einem anderen Land ohne ihre Eltern weg war. Das war wirklich toll. Die war da wirklich auch wie ausgewechselt, dass sie sich so gefreut hat, dass sie das auch geschafft hat ein bisschen. Und bei meiner Kleinen war es eher, dass sie wirklich enge Freundschaften auch tatsächlich geknüpft hat. Das hat ihr wirklich große Freude gemacht, auch dass sie da ein Mädchen kennengelernt hat, mit der sie dann auch ein bisschen noch in Kontakt war danach. Und die haben sich Briefe geschrieben. Und das war wirklich toll. Das ist auch wirklich auch übrig geblieben tatsächlich von der Reise danach. Wir merken, dass sie offener mit anderen Menschen umgeht und dementsprechend auch selbstbewusster sind. Und wenn wir dann mal in den Urlaub fahren, ganz selbstverständlich auch andere Kinder kennenlernen, mit denen reden und eigentlich ihnen vollkommen egal sind, welche Sprache sie sprechen, und das eigentlich eher noch interessant sind. Das war ja auch eine wahnsinnige Bereicherung, das für sich auch kennenzulernen, dass Sprache gar nicht vordergründig ist. Sondern das ist natürlich schön, wenn man die andere Sprache auch beherrscht, ein bisschen was versteht, was der andere sagt. Aber es ist schon toll, dass man das auch schafft, auch wenn das erstmal nicht die Gemeinsamkeit hat, die man hat. Sondern man merkt auch, man hat auch andere Gemeinsamkeiten. Es muss nicht nur die Sprache sein. Wir nutzen die zwei Wochen auch, und wir freuen uns auch drauf. Allerdings freuen sich auch die Kinder drauf, weil sie da anders sein dürfen. Also irgendwie das ist für sie auch wie so eine andere kleine Familie, wo sie andere Dinge dürfen, als sie zu Hause dürfen. Se separer de son enfant pendant 15 jours, ça permet qu'il grandisse autrement und de le voir grandir. das ist ja auch alle Hoeью querい事. Amen.